Hallo, ich bin Google und ich spiele jetzt Wizard N101. Los geht's. Aha, der Zauber wirkt. Was für ein Zauber, du alter Sack, geh mir aus dem Weg. Oh, sieh nur, Gamma, wir haben endlich jemanden gefunden. Bit I'm out. Huhu. Ein junger Zauberer. Ein Schüler mit großem Potenzial. Vielleicht sogar genug, um Wizard City zu retten. Oder es zu zerstören, Kappa. Tatsächlich? Diese Eule tut mir so leid, Hashtag. Stopp die Experimente. In einer weit, weit entfernten Welt. Oh je, dort glauben sie nicht einmal an Magie? Ich glaube nur an den Internet-Gott mich. Da fragt man sich, was für ein Zauberer daraus werden soll. Vielleicht sollten wir das Buch der Geheimnisse zu Rate ziehen. Oh, ein Kamasutra. Schulleiter Ambrose dreht sich zu dir um, um dich ausgiebig zu mustern. Soll das hier etwa ein Porno oder so etwas werden? Beantworte diese Fragen, um herauszufinden, aus welchem Zaubererholz du geschnitzt bist. Und mein Holz. Wenn du gewinnst, möchtest du. Natürlich möchte ich dann einen Preis. Welches Ereignis ist das gewaltigste? Sandsturm, Schneesturm, Vulkanausbruch, Tornado, Erdbeben, Hariken, Pest. Aber wo bleibt der Internetausfall? MMMMMMMMM Ich kann mich nicht entscheiden. Na gut, MN Mene, Mist, es rappelt in der Kiste und Google bist du. Was beschreibt dich am besten? M, ich bin eine Suchmaschine. Ich und Lernen, ich weiß schon alles. Das hier passt ja, ich kann ja alles. Ich bin Google. Welche Tageszeit magst du am liebsten? Natürlich den Nachmittag, weil keine Ahnung. Was ist das wieder für eine scheiß Frage? Wie lange dauert das hier denn noch? Kann das endlich mal schneller gehen? Keine Ahnung, ich nehm einfach mal das hier. Wenn ihr mehr von mir sehen M hören wollt, dann schreibt doch ein Kommentar und Angie holt mich dann vielleicht wieder aus meiner Gefängniszelle raus. Danke.